Aber jetzt genug davon. Ein heißer Sommertag ist angebrochen. Alle Kinder versammeln sich und Laura lässt Geisterbahn Geisterbahn sein und stürzt sich mit allen Kindern kopfüber in die Ferien, barfuß in den Sommer. Einen langen, großen, herrlichen, unendlichen Sommer. Und die Lehrer wundern sich. Barfuß, 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 barfuß. Barfuß in die Ferien, barfuß, 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 barfuß in der Runa. Barfuß, 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 was ich will, das hol ich mir und wenn's nicht passt, den schnapp ich mir, oh yeah! Barfuß, 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 hey hey! Barfuß, 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 ich tu auf was ich Bock hab und krieg doch gerne Schock ab. Mir egal, barfuß, barfuß, ganz egal. Barfuß, 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 barfuß in die Ferien, barfuß, barfuß, barfuß in der Runa. Barfuß, 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 Raben surfen stundenlang bis zum Sonnenuntergang, oh yeah! Barfuß, 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 hey hey! Barfuß, 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 hey, wir tauchen in die Neuhand, der grenzenlosen Freizeit. Das ist cool! Barfuß, 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 einfach cool! In unserem Park die Sommerbinder weht, auch lass die Ferien nie zu Ende gehen. Sogar die Lehrer haben Spaß daran und auch die gute alte Geisterbahn. Wartfuß, 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 wartfuß in die Ferien, wartfuß, wartfuß in der Mulas, wartfuß, 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 wartfuß. Was ich will, das hol ich mir und wenn's nicht passt, den schnapp ich mir, oh yeah! Wartfuß, 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 hey hey! Ich tue auf, was ich Bock hab und trinkt auf, wer ne Schock hat. Mir egal, ganz egal. Barfuß, 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 hey! Vorbei sind die Ferien. Die Kinder besuchen Laura auf dem Rummelplatz und stellen fest, dass Kieselstein traurige Augen macht, weil er wohl große Probleme hat. Untertitelung des ZDF, 2020